Hallo und herzlich willkommen zu dieser geführten Atem-Session. In diesem Breathwork führen wir eine sehr energetisierende Atmung durch für 5 Runden. Nach den Runden halten wir die Atmung für 30 Sekunden an und während der letzten beiden Runden für 40 Sekunden. Wir atmen durch die Nase ein und durch den Mund aus für 2 verschiedene Geschwindigkeiten. Das Ganze sieht ungefähr so aus. Wunderbar. Setz dich hin, leg dich hin, was sich auch immer besser anfühlt. Ein Lächeln auf den Lippen und mach dich fertig für die heutige Reise. Wir fangen mit Runde Nummer 1 an in 3, 2, 1. Sehr gute Arbeit. Füll deinen Bauch. Bring die Atmung zum Herz. Doppelte Geschwindigkeit. Füllte die Lungen mit Lebensenergie, Prana. 3, 2, 1. Atme tief ein durch die Nase. Verschließ den Beckenboden. Halte den Atem kurz an und lass es wieder raus. Entspann dich vollkommen während dieser 30 Sekunden. Bleib im Moment. Werde dir bewusst, wie du dich gerade fühlst. Wir nehmen den Atemzug ein in 3, 2, 1. Ein Atem. Spann den Beckenboden an, die Bauchmuskeln. Klappe den Kinn herunter und schicke die Energie hinauf. Atme vollständig aus. Sehr gute Arbeit. Runde Nummer 2 starten. 3, 2, 1. Alles klar, doppelte Geschwindigkeit. Alles klar, doppelte Geschwindigkeit. Tiefe Atemzüge. 3, 2, 1. Atme tief ein. Halte den Atem. Spann den Beckenboden, Bauchmuskeln an. Klappe das Kinn nach unten. Und ausatmen. Entspann dich. 30 Sekunden. Vollkommen. Alles klar, wir nehmen den großen Atemzug ein in 3, 2, 1. Und jetzt tief ein. Spann doch meinen Beckenboden an. Schick die Energie nach oben. Atme aus. Jetzt. Sehr gute Arbeit. Runde Nummer 3 starten. Runde Nummer 3 starten. 3, 2, 1. Runde Nummer 3 starten. Tiefen Atemzug. Wir haben es fast geschafft. Wann ist klar, drei, zwei, eins. Atme tief ein, halte die Spannung, wir atmen aus, vollständig ausatmen und spannen dich vollkommen in diesen 40 Sekunden. Sei ganz im gegenwärtigen Moment, nimm alles wahr, aber halte an nichts fest. Ist klar, wir nehmen den großen Atemzug in 3, 2, 1, vollständig einatmen, Spannendeckenrhoden an, die Bauchmuskeln, klappt das Kinn nach unten. Ausatmen, 3, 2, 1. Bewusst tiefe Atemzwiebeln, koppelte Geschwindigkeit. Ganz im Moment, auch beim Atmen. 3, 2, 1, alles im Dauerstoff auf, Spanne an und atme aus, vollständig ausatmen. Spanne dich vollkommen in den folgenden 40 Sekunden. In den du keinerlei Luft brauchst. In den tiefen Atemzug, jetzt. Spanne alles nochmal an, Beckenboden, Bauchmuskeln. Das Kinn nach unten hat und schicke die Energie, die sich angesammelt hat, nach oben durch die Wirbelsäule, in deine Scheitelkrone. Und atme vollständig aus. Mach dich bereit für die letzte Runde. 3, 2, 1. In jeden Atemzug, ganz bewusst. Doppelte Geschwindigkeit. Die letzte Runde, gib hier nochmal alles. Tiefe Atemzwiebeln. Und dann gehen wir's wieder. 3, 2, Atemzwiebeln. Atme tief ein. Spanne alles an. Beckenboden, ich brauche auch nichts um. und lass alles wieder raus und spanne vollkommen, vielleicht achtest du auf deinen Herzschlag. Nimm einen tiefen Atemzug in 3, 2, 1, atme vollständig ein, spanne den Rückenboden an, die Bauchmuskeln, klappe das Kinn nach unten und kreiere dieses Energy Lock, halte alles Prana, was du angesammelt hast im Körper und ausatmen. Herzlichen Glückwunsch, gute Arbeit. Atme wieder ganz normal durch die Nase ein und aus. Sei stolz auf dich, dass du heute dieses Breathwork ausgeführt hast. Jetzt liegt es an dir, was möchtest du mit der gewonnenen Energie anstellen? Wenn du Lust hast, kannst du noch ein bisschen meditieren. Wenn dir das Video gefallen hat, bitte ich dich, es zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn du noch meditieren möchtest, werde ich dich mit etwas Musik hinaus begleiten. Bis bald! D Cassidyusu D Cassidy D Cassidy D Cassidy Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020